So hallo, wir machen weiter bei die Battle Geek. Das letzte Mal sind wir schwimmen gegangen und haben uns bereits die ersten zwei Checkpoints vom Wasserteil geholt. Müssen jetzt halt gucken, dass wir weiterkommen. Haben schon ein bisschen einen Anfang gesehen von dem, was hier kommt. Allerdings leider noch nicht viel. Also ich schätze, dass wir jetzt noch recht oft hier sehen, diesen Gang hier runter vor allem. Und ich muss in dem neuen Raum, den wir das letzte Mal ganz kurz am Ende gesehen haben, muss ich mich beeilen und weggehen, sonst schießt mich die Muschel ab. Aber ich darf auch nicht zu weit nach vorne, sonst schießt mich dieses Viech ab, was drei Schüsse abfeuert. Ja, genau, super. Okay. Also mal gucken, wie lange es dauert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es geht recht flott. Bisschen voran hier. Was sollte ich auch anderes hoffen? Ach, das war dumm. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Okay. Ist ein bisschen blöd hier, um am Anfang wieder da runter und naja, aber so ist das halt. Ist halt Battle Kid, ne? Das ist kein nettes Spiel. Nein, das hat auch nie behauptet, nett zu sein. Leider. Wäre mir lieber gewesen, wenn es das behauptet hätte, ich bin voll nett. Wobei, nein, dann hätte es ja gelogen. Ups, jetzt bin ich da reingesprungen. Komisch. Naja. Aber dann müssen wir auch den ganzen Weg auf jeden Fall wieder zurückgehen. Das ist dann auch nicht schön. Also wenn wir irgendwann mal wieder hierher kommen, zurück. Natürlich, wir müssen jeden Weg, den wir jetzt ziehen, alles was wir jetzt ziehen, alles was wir jetzt in die eine Richtung gehen, müssen wir nachher in die andere Richtung ja zurückgehen irgendwann. Iiii. Das will ich gar nicht. Iiii. Den Weg auch. Iiii. Geht's. Das war dumm. Nein. Oh Gott, das müssen wir echt alles zurücklaufen. Das wird böse. Das wird richtig evil wird das. Das kannst du gar nicht glauben, wie evil das wird. Naja. Erstmal die eine Richtung. Hops. Wer weiß, wie weit es hier nach hinten geht. Es kann ja sehr lange dauern, bis es dann weitergeht. Oh, super, ich krieg den mit einem Ding weg. Perfekt. Gut zu wissen. Und dann sind wir auch schon in dem Raum. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Und wo darf ich mich die... Ah, hier darf ich mich auch nicht hinstellen. Okay. Ich muss noch weiter laufen. Ich muss direkt in die Mitte von dem Raum am besten. Da sollte ich dann sicher sein. Gut. Gut, gut, gut. Haupts. Haupts. Das hatten wir auch noch nicht. So Wups, wups, wups 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 Hui Okay, na komm schon Und hoch und runter Runter, schneller, juhu Was war das denn? Keinen Sprung hier machen Na, komm Aktivier dich, danke Okay Also den kann ich direkt auf Anhieb erwischen Gut zu wissen, super Schneller geht der Raum, glaube ich, nicht mehr Und wir gehen direkt hier in die Mitte Ja, hier sind wir sicher Und dann, ah, oh Gott Okay, hier kann ich mich auch hinstellen noch Ne, und hier kann ich mich auch noch hinstellen Und hier auch noch Okay, und dann kann ich, brauche ich nur noch auf dieses Viech achten Jetzt Super Jetzt muss ich nur den da oben erledigen Äh, jetzt Wo schießt du denn hin, wenn ich mich hier hinstelle Äh Ich glaube, hier kann ich stehen Ne Mist Oh, wie kriege ich denn die Muschel dann da weg Oh je Die Muschel da wegkriegen wird lustig Und über sie drüber hüppen kann ich leider nicht Hm, na gut Immer diese Muscheln So So Wieso bin ich da jetzt wieder reingesprungen? Ich verstehe das gar nichts Warum? Ich verstehe das wirklich nicht Nein, tu ich nicht So Hoch 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 Habe ich gesagt Hui Runter, habe ich gesagt Hops Und Hops Und Hops Jawohl Und Du stirbst wieder auf Anhieb Mist Da fehlt ein Schuss Das heißt, ich kann aber nur durchlaufen Ja Okay Also hier können wir hin So, gut timen Jetzt Oder es war knapp sogar Aber wie mache ich die Ah, Mann ey Wie mache ich dich denn jetzt hier Du bist blöd Kann ich hier stehen? Mist, knapp Aber irgendwo ungefähr da kann ich stehen Ich muss mich bei dir mal Ach, Mann ey Die Musik ist schon episch, das muss man schon sagen. Hopps, hopps, und rüber. Allein für die Musik hat sich das Spielen gelohnt. Naja, stirb. Okay. Also, wo kann ich stehen? Ach, Alter, ey. Wenn ich es nicht geschah, ich sehe das nicht ordentlich. Hier vielleicht. Nee, hier vielleicht. Ja. Okay. Alter. Okay, habe ich jetzt einmal getroffen? Ich glaube, ja. Also noch einmal. Ah. Ach, verdammt. Ich hatte ihn doch. Ach, ich hatte ihn doch. So ein Murks. So ein Murks. Hopp, und hopp. Ach, sowas Blödes. Das ist jetzt wirklich ärgerlich gewesen. Weil ich hatte ihn. Ich hätte nur noch ausweichen müssen. Naja. So, hier kann ich stehen. Und tschüss. Und wo war das jetzt? Ungefähr hier, ne? Oh Gott, ist das knapp, wo ich stehen kann. Ach, du Scheiße. Mal schauen, was danach für ein Raum kommt. Du, 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 du. Nein. So, aber das läuft jetzt hier wenigstens alles. Stirb, Mist. sagte er und starb selbst na ja noch nicht ganz so war es war so dumm das ist gar nicht wort zu fassen so dumm war das so 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 okay die 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 danke und jetzt runter und schießen ich glaube wir werden in diesem part die ganze zeit hier rumhängen wie lange immer dann schon ich sollte nicht ich sollte nicht wenn ich unter wasser bin gucken lange aufnehmen das ist eine ganz dumme idee geh hoch so machen wir mal wieder eine stille runde und m m m m m m Ah, ich treffe ihn nach dem Erkelschoss. Nicht bevor. Okay. Geht aber. Ja. Na, och, ist das böse. Och, Mann. Ging jetzt aber. Ging jetzt aber. Und wenn man es weiß, macht man den Fehler nicht nochmal. Also das war jetzt schon machbar. Das mit der Muschel geht jetzt auch. Ich muss mich dann halt an die richtige Stelle stellen. Aber ich habe jetzt eine Taktik. Das ist gut. Es ist immer, wie gesagt, es ist immer gut. Sobald man diese Taktik hat, ist im Prinzip die Sache geregelt. Sobald man eben diese eine Taktik hat. Wie zum Beispiel hier. Da weiß ich, ich kann den Ball relativ schnell erledigen. Und dann ist das auch kein Problem. Und die anderen können mich mal hier... Und hier weiß ich halt, ich kann mich hier hinstellen. Dann warte ich kurz. Dann lasse ich die mal schießen. Dann warte ich nochmal. Und jetzt muss ich halt die richtige Stelle wieder erwischen. Ungefähr hier, ne? Ja. Und wenn er erst geschossen hat, dann mache ich den Schuss. Und dann haben wir den auch weg. Cool. So. Das sah jetzt auch nicht so schwer aus. Das hier war jetzt eher blöd. Ach. Das ist fies. Alter, das ist echt fies. Alter, das ist echt fies. Ich komme nicht hoch. Ach, Gott sei Dank. So. Okay. Das sollte machbar sein. Ich kann ja schweben. Dann kann ich mir auch ein bisschen Zeit lassen. Okay. Das geht auch noch. Aber jetzt wird die Zeit langsam knapp. Oh Gott. Jetzt darf ich mir nicht mehr zu viel Zeit lassen. Ich fürchte, wir kriegen gleich ein Checkpoint. Müssen wir eigentlich? Ja. Und in welche Richtung müssen wir? Hier nicht. Checkpoint? Yes. Oh, da geht sogar in zwei Richtungen. Wo haben wir das? Ah, vielleicht genau. Cool. Der letzte. Wir haben den letzten Teleporter. Coole Sache. Coole Sache. Und wir haben gerade mal elf Minuten aufgenommen. Das heißt, wir haben innerhalb von zehn Minuten den Party unten geschafft. Finde ich gut. Mehr wollte ich gar nicht eigentlich. So, was haben wir denn jetzt? Oh, ein ganz neues Gebiet. Also auch neue Musik. Und ein Frosch. Hallo. So, Frosch. Kann ich den töten? Mal gucken. Ja. Sogar recht schnell. Und du hast eine andere Farbe, aber du bist nichts anderes, ne? Du hast einfach nur eine andere Farbe, weil anderes Gebiet. Okay, hier gibt es gleich zwei Wege. Hm. Mal gucken, welchen wieder gehen. So, hier kann ich aber einfach durch, ne? Das ist... Ja, einfach durch. Und hier auch. Kein Ding. Ah, hier komme ich, okay. Hier komme ich nicht weiter. Also hier entlang dann. Was sind das denn? Was sind das denn für Teile? Ja, ich hab's mir... Ich hab's mir doch gedacht. Ich hab's mir doch fast gedacht. Okay. Okay. Der Anfang geht. Kurz anträgern. Ah, okay. Hm, hm, hm. Oh mein Gott. Oh, das tut im Auge weh. Alter. Okay, wir könnten runter. Wir könnten hoch. Gehen wir runter erst mal. Und los. Okay. Oh, ist das böse. Oh, ist das böse. Na gut. Na gut, machen wir das erst mal. Die, 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 die. Geht aber so weit. Ist jetzt nicht so das Problem. Die, 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 die. Das war zu bald. Ach, immer diese weiten Wege, die man laufen muss. Und die stundenlang dauern auch. Ne? So. Hopps. Aber zum Glück geht es schnell wieder hin. Ich will trotzdem mal aus Neugier einfach gucken, was da oben ist. Da geht's auch weiter. Ah, aus den Löchern kommen Frösche. Iiiiih. Ja, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich könnte unten. Ich könnte oben. Hm. Keine Ahnung. Tja, nun. Oh. 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 Leute, ich komme hier ja eh nicht mehr zurück. Ich komme hier ja gar nicht zurück. Das heißt, der Weg hier rechts ist einfach nur mein Rückweg. Den brauche ich jetzt noch gar nicht laufen. Ich muss hier entlang. Leck mich, Frosch. Na, das war so klar. Okay. Also muss ich da oben lang. Okay, okay. Also muss ich da oben lang. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Das wäre ärgerlich gewesen. Dann komme ich nämlich, dann komme ich nämlich, wenn ich da unten entlang gehe, komme ich einfach dahin, wo ich vorhin unten war. Huch. Wieso habe ich das jetzt falsch getimed? Zu viel gesprungen oder was? Hier nämlich, da, wo ich jetzt nach unten gehen konnte, da komme ich dann wieder her. Och, Leute. Spring doch einfach mal mit. Ist doch nicht so schwer zu springen. Okay, und jetzt sind wir hier. So, was haben wir jetzt da oben? Na, ach, Mist. Okay, ich kann dann hier stehen. Und dann kann ich einfach rüber. Super. Okay, hier kommen zweimal Frösche raus. Oh, Alter. Die erwischt man zu schwer. Ich hoffe aber mal, ich kann da nochmal zwischenspeichern, bevor ich den unteren Weg gehen muss. Ah, lass mich. Blöder Frosch. Die erwischt man aber echt schwer. Vielleicht ist es leichter auszuweichen, als die zu abzuschießen. Mal gucken. Hier muss ich auf jeden Fall schießen. Kannst du eigentlich töten? Nein. Wäre ja auch zu schön gewesen. Alter, das tut im Auge weh. Puh. Das sind gleich zwei Probleme auf einmal. So, stirb. Stirb. Okay. Okay, das ist dann jetzt auch nicht das Problem. Dann müsste ich eigentlich... Ja. Okay. Okay. Hier irgendwas Böses? Nö. Och, nö. Och, nö. Ja, genau. Ich glaube aber, ich komme von dem einen doch schon rüber, ne? Ich glaube, ich komme da rüber. Hm. Ach, nicht schon wieder Megaman-Blöcke. Das lässt aber dann die Vermutung offen, dass viele Gimmicks immer wieder und wieder und wieder und wieder verwendet werden. Das heißt, wir haben sicherlich auch noch nicht das letzte Mal diese Flacker-Stachelräume gesehen. Fürchte ich fast. Ups. Ach, jetzt habe ich das Timing völlig falsch gehabt. Naja. Wie lange nehmen wir auf? Oh. Okay, sagen wir noch vier Versuche. Fangen wir das wieder an. Das zählt nicht. Noch vier Versuche. So. Ich wollte ja auch fünf Versuche sagen, deswegen sind es jetzt noch vier Versuche. Ne? Ist doch logisch. Noch vier Versuche übrigens. Nein, das zählt nicht. Ich will mindestens bis zur Hochkommen, wo ich gerade gestorben bin. Also das gibt es ja nicht hier. Das war eine Frechheit. Das zählt auch nicht. Erst recht nicht. Dafür kriege ich sogar einen Versuch dazu. Nein. Nein. Natürlich nicht. Alter, das war knapp. So. Miu. Die, 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 die. Okay, das lassen wir zählen. Noch drei Versuche. Weil das war echt dumm. Das war pure Dummheit und für die muss ich bestraft werden. Mach dein Zeug. Danke. Dummheit again. Noch zwei Versuche. Da, 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 da. Batu... Stürb, 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 stürb und durch. Supi. Dann sind wir wieder hier. Du stirbst direkt und das ist kein Problem. Das haben wir vorhin schon geschafft, schaffen wir nochmal. Ach, der Kack hier. Ja, Mist. Ja, natürlich. Natürlich klappt es nur das erste Mal. Noch letzter Versuch. Äh, ja, also letzter Versuch. Natürlich klappt es nur das erste Mal. Mist. Und jetzt werde ich es wieder verkacken ständig. Ach, scheiße. Da freue ich mich ja gar nicht drauf. Mist. Mist, 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 Mist. Und das hier muss ich auch alles wieder zurückgehen. Okay, aber hier zurückgehen ist jetzt nicht so das Problem. Das war dumm. Das machen wir als Lisetten, wir. Damit es so funktioniert wie sonst auch. Nämlich, dass ich jetzt töten kann. Hier warten und durch. So, hier direkt töten. Und, und ho, nein, 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 nein. okay so ach der raum macht man da das war wieder einmal noch einmal noch einmal machen wir noch und so und hoch und hoch und hoch warten und los schießen 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 einmal noch ich will noch mal da hochkommen wo diese wo diese blöcke waren verdammt die megaman blöcke ich will da noch einmal wie ich da noch mal hoch ist auch jetzt leute bin ich jetzt schon weit über der zeit nachher 20 da kann man noch einmal bin ich will noch einmal da hochkommen ich will noch einmal da hochkommen auch das gibt's doch nicht jetzt fähig aber warum hier ich sollte echt aufhören ich habe ja auch gleich auf ihr habt es gleich hindurch so jetzt aber hier stirbt danke und lass mich so und jetzt bitte lassen mich diesen scheiß sprung der ist doch nicht schwer ganz einfach von geschafft auf anhieb ja bitte es geht doch das war auch nix schwieriges im gegenteil so dass hier war schon eher blöd ach ja genau zu mir schon hier so kann ich mit dem einen komplett rüber das will ich versuchen ist geht das dann mal ganz im ernst so schnell kann ich doch gar nicht sein oder kann ich so schnell sein ich kann so schnell sein na gut dann machen wir das beim nächsten mal ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss